Hallo, ihr lieben Ahren, Groß und Klein, seid herzlich willkommen dieses Jahr beim Statsen in Lotharheim. Ich gehe heute zufrieden, besonders in den letzten Jahren, und nachdem ihr immer unterwegs seid und am Wandern, habe ich nach immer 20 Jahren meine Mutter Monika ausgegraben, als ehemaliger Musiker und habe euch jetzt zwei Liebungen. In dem Instrument ist es halt kein Molle, kein Fistrennen, da kann ich nur C und D durchspielen und jetzt spielt die Badegitte neu. Einmal, einmal, mein Vater, mein Mann war so an diese Größe, weil er immer ja, wie man kommt und steht, wenn ich komme, die Gehörer sind auf den Zett. Okay? Also. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück.